Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Heute zeigt euch, wie ihr euren Kanal bestätigen könnt und so YouTube-Mails und andere tolle Sachen einfügen könnt. Dafür geht ihr einmal in Google rein und schreibt YouTube. Das könnte immer ein bisschen dauern. Dann sucht ihr es einmal und das Lied. Also, wenn ich das Lied, würde ich sagen, was ihr euch im nächsten Video erwartet. Nämlich, wie ihr eure Tastatur, also eure Keyboard-Tastatur ändern könnt. Dafür könnt ihr zwei L's, aber ich werde euch zu viel vorverraten, denn das alles zeige ich euch im nächsten Video. Was ist denn jetzt los? Wieso geht das nicht? Oh, kommt schon. Wenn es noch einmal kommt, wird Verbindung fehlgeschlagen. Ah, toll. Dann gehe ich einmal hier auf YouTube. Aber ganz wichtig ist das vom Internet aus. Das dauert dann wieder eine lange Weile. Tut mir leid, aber, ähm... Darum steht es wohl, dass ich gutes Internet habe. Aber ich bin gerade, ähm... sehr weit von meiner Fritzbox entfernt. Und deswegen... ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.